Genuss und Arbeit in einem? Dann kommt zur Landmetzgerei Setzer. Ich nehme euch mit. Wir haben mittlerweile knapp 20 Filialen und haben einen Online-Shop, der verkauft eine Dosenwurst. Ich war schon Stammkunde, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Da war der Einstieg natürlich reine Überzeugung. Sind Sie der beste Chefin? Chefin. Frau Setzer und Herr Setzer. Herr Setzer legt sehr viel Wert auf seine Produktion und auf seine Produkte, dass die Qualität sehr hoch ist. Ich werde hier in Rente gehen, davon bin ich überzeugt. Ich arbeite seit 20 Jahren hier. Ausbildung gemacht. Wir leben unseren Job hier, wir lieben unseren Job. Wir halten zusammen, also total unter dem Motto, wir schaffen das. Und das spürt man hier auch überall. Wir sind ein Familienunternehmen, wir schätzen unsere Mitarbeiter. Es macht Spaß, hier im Team zu arbeiten. Ich arbeite hier aus Stolz, aus Leidenschaft und vor allem, ich stehe jeden Morgen glücklich auf. Und das ist für mich der Hauptgrund, jeden Tag mit Freude ins Geschäft zu gehen. Wenn Sie jetzt hungrig sind auf mehr, dann melden Sie sich bei mir. Bis zum nächsten Mal.